so nicht anders hat er mich noch umgebracht weg mit dem kopf und Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute, die zwei. Ich hab welche in Auto, die verteil ich. Wo verteilst' ich denn die? Ja. Gibt's doch nicht. Ich habe den Schlag schon ausgeholt, er hätte brauchten nur noch hauen und treffen, wer ist tot. Ich habe den Schlag schon ausgeholt, aber ich habe den Schlag schon ausgeholt. 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 Das ist der größte Fotzenmann von so alle. Knopfdruck tut er alles parieren, alles. Ist er doch da, hat mich auch mit Reeper geschlissen. Ach, das darf doch nicht wahr sein, er ist doch schon tot. Ach Mensch, ich will springen und der Mann macht nur so einen Fickseidenschritt. Immer da. Immer da. Ich bin der Mann. Es ist eine Art, Frau Lohr. unser team bricht ein oder deren team gegen bots ach so mittlerweile spieler hab mich schon gewundert die präerfahrze ist der schlimme Guck mal, ich bin am Krabmest, wir geben uns nur... Da ist er wieder... Ich komm mit hoch... Ja, als ob er hell sehen kann, der geht. Ich hol den Punkt und heil mich, aber er kommt hinterher. Seiner kommt natürlich schneller rein. Jetzt noch mal. Hellseher-Foxe ist es. Ebenmal ist er gestorben. Ich schweine die Knappe drücken. Das ist nicht normal, ehrlich. Gleichzeitig noch reagieren. Und alles. Hallo? Durch was bin ich jetzt gestorben? Ich nehme Energie mehr. Lockschaden. Ich kann machen, ich denke. Der Arschwasser. Es ist die Kale. Also er macht die Rückstellung, kann das machen, tut aber das gleichzeitig wieder abbrechen und tut parieren. Was muss nach wie für Reflexe haben? Das kann nur ein Außerirdischer. Unterhalten, rechte Maustaste, Kreis, wieder runterhalten und dann packen. Ja und gut. Ja. Aber in die Sekunde. Und dann parieren, natürlich. Warte, geh mal kurz hier raus. Die sind eh alle raus wieder. Ich starte mal Computer neu und den Router neu. Mhm. Ja. Er ist schon eingemacht. Wenn es in drei Minuten startet, dann ist gut, weil dann seine Router starten dauert mal lange. Hm. Das soll nicht abbrechen. Megal. Der hat mich auch nicht gerattet, der Wix hat. Ich hör dich noch, du. Machst du doch aber auch. Ja. Machst du doch mal. Haha. 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 Pfff. Hahaha. Ja, das passiert. Ja, da niks. Hahaha. Es ist gefährlich du nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 schlag du kannst ihn nicht kontern gleich zwei hier unten schlag ist es schlag ist es hier Das ist ein Geist. C, eingenommen! Ach, raubst du nicht einen Start am Anfangspunkt mit dir um... mit die Duel? Ah, die Runde geht schnell vorbei. Das fährt nix. Wieder mal Behinderte, die mitspielen. Ja. Also wieder von vorne. Zone A verloren. Und von hinten. Die Runde geht schnell vorbei. Ja. Die Runde geht schnell vorbei. Die Runde geht schnell vorbei. Die Runde geht schnell vorbei. Das sind sie, wir haben uns nicht so recht. Okay. Die Runde steht nicht langsamerhand. Die Runde geht schnell vorbei. Die Runde geht schnell vorbei. Was ist das? Es ist nicht wahr. Oh 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 Ah 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 Ähh Scheide wie wir unten dabei die sich an start die ganze zeit durch mit ehemalow es hat sich gerade gefällig ärgern ich habe mich auch geärgert wir sprechen tut jeder vollidiot du bist doch immer die heereswesen hört man nicht dass jemand aus teams wie graus geht gewesen der im lack der gute pc laptop der hat der mit 30 60 und der gut ist für 800 euro 799 nicht übel also ich habe das gefehlt in seine schläge manche männer habe ich gerne chance gegen hier zum beispiel jetzt in der seitschläge du bist ein ich habe jetzt gar nicht da täuscht an mann Was ist das? Wenn er dich ja anbieset, zum Beispiel, da kannst du nicht so kommen. Was ist das? Ich bin ein Künstler, wenn ich sie nicht mehr so mache. Was ist das? Was ist das? Ich bin ein Künstler. Ich bin ein Künstler, ich bin ein Künstler. Ich bin ein Künstler. Ich bin ein Künstler. so let's see my law oh come on you want those being fucked Das war's für heute. Wenn du den Hebel nach hoch machst und vorsprichst, bist du dickst. Jetzt gibt's den ich. Schwitzt mich tot, das ist Fickwetter, er hat nicht, er hat nicht mehr auf. Ja, ich stinke auf ihn, Iltis. Die Hände sind richtig nass geschwitzt, so heiß es hier. Die Hände sind richtig nass. 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 Das feindliche Team bricht ein. Zone C verloren. Hier kommt's weher. Guck's doch nicht. ja ich bin runtergefallen sind recht tot ich habe ihn gerade gemacht nix das war jetzt steht ihm recht ein was kann man sich gleich ansehen alle boys dritte oder vierte folge es hängt sogar so was ist das ist auf jeden fall ich glaube ich und auch nicht das internet güter sagt nein wie schön morgen einfach mal zehn grad weniger als heute wie ich jetzt heute waren 32 morgen sind sie noch 22 geil so eine ziel verloren Das war's für heute. Bei C ist das ganze gefolgt. Drei Mann. Anstrengen wir auch dabei. Drei Mann. Das ist gar nichts. Man muss einfach immer hinwenden. Das ist überhaupt eine der wichtigsten Sachen. Ich kann das mal genau auf dem Lied stehen lassen. Ne, der Blinderer. Ah je, ist der schnell. Blinderer schneller wie die Meuchler. Und der Schlag, der an der Gegenseite abbringen kann und da einen oberen Schlag machen draus. Das war ein Fakt. Ando spring weg. Was? Hätte man ein. Nicht jedes Mal mit. Früher hot. Gibt's doch nicht. Ich hätte schon hören können. Ich hab abgerührt. Der hat mich jedes Mal mitgetroffen. Jedes Mal. Ich hab weit weggestanden. Als nächstes werde ich mir den Kontersommer rein erholen. Ich mag das. Ich hab pariert. Ich hab pariert. Sona A eingenommen. Trotzdem getroffen. Trotzdem getroffen. Ich bin ein Krim. Drei. Ich bin ein Krim. Ich bin ein Krim. ihr mann auf c ja scheiße ich komme dass einer gewascht ja bei wem eigentlich vier mann beim schiff bei mann gangbang party ja du scheiße also ich möchte wirklich wissen wie die halle das machen dass sie nur haue kriegen nicht du musst nur verteidigen nicht angreifen nur versuchen ihre schläge abzuhören jetzt ist mein schuss weg scheiße oh scheiße jetzt kommt vier stück hier auf c okay jetzt doch nicht so eine c verloren aneinander abgebrochen und mich gepackt und das werden sogar die die halle aneinander Treibmann bei B. Oh, kommst du hin? Ja. Scheiße. Bei A2, Mann. Dein Team bricht ein. Ich hab jetzt vier Schläge hintereinander von unseren eigenen in den Rücken gekriegt. Sind wir jetzt eingebaut oder die? Ja. Ich bin natürlich zwei Sekunden vorher totgeguckt. Dein Team hat sich erholt. Dein Team bricht ein. Level 4, Level 4. Ich kenn alle. Nicht äh, Level 4, Level 4. Eingemochelt. Die Fleißduße, die wir schon äh... ...verfahren sind. Als Fotze sind. Ja, Fotze. Hallo. Oh! 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 Wies, das Tor! Oh! 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 ZONE C EINGENOMEN! Ich hab das hier auch hier oben, die mit den Sound-Bucks. Hm. ZONE CINEME, UNLOCKS. Schatzisника. Enter Your Children. Wenn ich wieder zu fracturige Zeit wird, Centen sich eben meine vorbell Health-Kanal. mit der täter ist nicht so schnell gedrückt doch alles mehr aufs account yo manchmal kennt ihr dass ich mir der gegner der haut und baller das ja macht haust du der brechter dessen die zeit ab auf den anderen der haut und wird jetzt noch parieren ja läuft es ist da muss den ultran es kommt doch da wie man es ist die weiber ihre ebams potze smurf potze weil sie auf ihren level keine chance haben wisst ihr was auch lustig ist wenn man wenn du antäuscht einen schweren und undurchdringlichen dann versuchen sie ja eigentlich versucht man den doch zu parieren die nicht aber lasst du ihn da mal durchgehen dann machen sie es dann können sie ihn abwärmen ich habe hier gerade sechs punkte weil das ist doch schon so eine sache du machst einen unblockbaren und brechst ihn ab normalerweise tust du ja dann versuchen zu parieren weil sonst hätte er durchgehen machst es drei viermal und als vierte mal lassen durchgehen und er parierten das geht nicht tut mich leid kannst du sagen kannst du der beste der welt sein da ist ich wollte zu zweit auf c mist zonen a verloren leid paris für mich auch so ein richtiges mysterium habe ich vielleicht so lange wie ich das spiel wenn ich es schon vier jahre ich glaube vielleicht zehn leid paris gemacht wenn es hochkommt leid paris komme ich ganz kurz mit klar sagt die leichten schläge mit parieren abwärten ja wenn einen anderen leichten schlack dass du den parierst ja meine ich da kommt doch wieder er wollte nur dass ich auf die dinge hau dass er mich heimlich abs denken kann und wieder war ich mache den schlag nach vorne und er kommt nicht raus wenn jener laufen kann es kein kopf habe ich dich du wichser der war gut alle drei tot gemacht wie einer versucht zwar sehen was kann ja zweimal Mann, ihr märkt! Mal da einer, wieder die Fotze! der haut mich der eigene haut mich da pfotzen boris oder auch alleine gegen kämpfen der feind hat sich erholt der jilmaz ist besiegt war der jilmaz oder wie er es hat ihn gerade besiegt aber er ist schwer zwei kam drei muss das sein so eine sekunde 40 punkte kommen nicht wieder aber das klappt nicht wenn sie doch erinnert hier dein team hat sich erholt dein team bricht ein die gefücke haupt mich das war das denn für eine bombe so direkt was ich habe drei viertel energie verlor mit einem schlag das feindliche team bricht ein ich habe meinen kulti verschwenden schade da kommt einer von b er ist einfach 2 von c auf Was für eine Geburt? Wundbeke, Schwanzrutscher-Schlaube. Ich würde mich doch noch mal was trinken, dass ich jetzt schlafe. Fälle vermeiden sich, dass wir da mal hier lassen. Wir haben ja einen. Zone A, eingenommen. Zone C, verloren. Dann, mal kurz. Ich hab doch verkehrt. Deine Ahnung. Oh, 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 oh. Macht er da Nando da? Hauptschmerzen, oder was? Verstopfung. Ja, okay. Geil. 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 Das war's für heute. Mist. Kacke. Hat er den noch hochgeholt? Fuck. Ah, jetzt hab ich mich doch umgeschwungen, du Schwanz. Totbereich, Bedeckungsmodus. Was, wie fährst du? Fünf. Vier. Fünf. Was, wie fährst du? Gibt's da nicht. Was, wie fährst du? 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 Ja, drei Mann. Was, wie fährst du? Was, wie fährst du? Was, wie fährst du? das feindliche team bricht ein die hauen wirklich einfach nur druck wer ist sie denn die blinde rassi tun nur wenn ich jetzt mal den tod wurde so frei wirst du gemacht untergekickt ja gut sind noch zwei wo sind die zwei hallo du hast dich nicht so gebraucht hast du gerade mal halbvoll Keine halbvoll lebende. Ja. Gegen ein Feuerding. Einen hab ich. Nein, nicht auf mich. Geh weg. Machen tot. Wir haben gewonnen. Dein Team hat sich erholt. Noch mal gut gewesen, dass der Ding gewohnt hat. Wir haben auch mal Klick gehabt. Tja. Oh Gott. Was gemacht? Ach das Ausgaben. Machen wir nicht. Wenn das mal zu heftig sind. Ja. 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 Oh, 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 oh. in schlack noch dort Oh, 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 oh. ZONE C EINGENOMMEN! Jaa... Hehehe... Ups... Hat's versucht... ...I LORUSTO! ZONE C EING, ALLO! Gjentla brota! Röhan! I LORUSTO! Geh rime, Kulipeta! Hä? Warum hab ich ihn denn nicht gekillt? Ich bin genau auf die Luft gefahren. Ist er vielleicht in dem Moment ausgewichen? Ich hab auch schon aufgeschmackt. Hau mal nicht beieinander, nicht mehr raus. Was ist los? Ah, okay. Nein! Das war knapp. Der will die Rache haben. Ich wollte eigentlich nicht antäuschen und fange auf. Bitte. Schwul senkt er uns. Auf, Arschke! Halte durch. Du hast gesetzt den Kopf escrever. Unruhe! Aaaaaah! Ah, du hast gesetzt. es ist nicht das wegen des spiels die dennoch sondern dass die chale einfach alles abwärm darum geht es bei den gesetzes nein nummer drei jetzt aufgepackt wenn du so jetzt so ähnlich dachte haben sie wiederholt die schleime nicht getroffen das feindliche team bricht ein ich weiß ich hab dich getroffen nicht hoch weil von uns gekämpft Der Palo war nämlich um, ich hab um die Pfeffer geholt Ich hab immer gegen zwei Mann auf C gekämpft, was hätt ich denn euch sollten da helfen gegen ihr? Deswegen meh'n ich ja Wo sind da immer noch zwei übrig? Das meh'n ich ja Weil du immer gegen C gekämpft hast Ich werde die Stammel-Varginal Dark Souls reinzustellen Den war besser als erst Das gibt's doch nicht Verloren Ich hab pariert War normal, dass sie die pariert Ohne die Rache wär's jetzt gestorben, weil sie gar nix mehr gut an Fortsehen Natürlich im perfekten Zeitpunkt Kampf der Gesetzesbringung Kann er da Ja Bei B ist, äh, bei A ist eh nur der Halt und bei C ist eh nur der Halt und dann so Ja Hallo Ja, sie zieht sie zurück! Wollt doch der Punkt? Wollt doch der Punkt! Was soll ich denn jetzt Wasser zu schmeißen? Okay, ich glaub... Der Krieg ist unser! Hufficke, du Fara Muscha Gaisiwame! Hat nicht mehr abgelassen von mich, bis ich jetzt gestorben bin. Jeder hat nur noch einen Schlag gebraucht. Oh, der steht gerade frei! Problems! Scheiße! Ich setze das Fingerhaut wie Scheiße aus uns raus! Ich setze doch mal, jetzt rennst du weg, du kleine Fahrze! Nein, ich muss durch! Wieder rennst du weg! Eigentlich! Ich mach mal Glas! Rührhaut! Oh! Oh! Rührhaut! Oh! Oh! Heikling! Das ist so ein Stabpunkt! Warte, den schmeiß ich runter? Ja! War geil! Sehen! Sehr gut! Will bleiben, soll ich? Geh du vor! Da können wir die wieder kommen. Ich hau so lange B die Fixer weg. Einer kommt hier an. Äh! Heelorisch! So eine A eingenommen! Wir versuchen den wieder zu schmeißen. Hahaha! Das ist geil! Hey bis gleich! Ach das ist recht viel Fisch! Ja! Wir werden es nochmal machen. Bye bye A! hier kommt einer ja keine ahnung von mir war die nicht schutz Einmal Rache gefickt. Ach, ich wollte sie doch runterschmeißen. Dein Team bricht ein. Super. Schnellen wir eben, doch mal. Darf ich auch nicht mehr, rechtzeitig. Nein. Schnellen. Ich weiß. Ich würde eine gewinnen, das geht so nicht. So, entweder jetzt noch die letzte oder eine gewinnen. Eine gewinnen. Ich spiele noch eine Weile. Wenn ihr dann irgendwann ausmacht und nicht mehr wollt, dann spiele ich vielleicht Duelle. Macht gerade Spaß mit dem Greif, obwohl es doch sehr ärgerlich ist. Wenn ihr mal ruhig wieder unser Gildespiel weitermachen könnt. Bist du großer und weißer Riese? Haltet die Linie! Schitt dich nach! Auf in den Kahn! Ich hab mir jetzt wieder gesehen, er hat dein Kopf und die Gina ihr Gesicht. Gina ihre untere Partie, die Lippen, Nase, Lippenpartie. Ogen wisst ihr nicht, wo er hat. Meine. 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 Riesig. Große Ogen. Zona A eingenommen. Was hast du gedacht? Kommt sie. Schauen sie. Höh. 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 Mist. Sieg. Was hast du gemacht? Oh. Es hat damit. Höh. Gäts ich auch noch im Kreis. Zona A verloren. das belebt ihr ja auch noch wieder eingenommen kathie 2 verlor 4 eingenommen dass die ich damals gleich rausgegangen ist einmal gestorben ist herausgegangen ich das ist so eine halle wenn es ein gift geben die kleinen ticker das fällt hier ist für mich das verficktest auf die ganze welt mag ich aber nicht der macht ja schaden der urensohn ich habe schnell in auf a die ist tot gegangen bevor er so wiederbelebt und Ich bin sehr, 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 sehr. Das ist ja auch zu ekelig. Nein, ja, und wie setzt das denn als du? Das ist nicht zu ekelig. Pass auf, der schießt die Fotze Kuss Gänsel, die Fotze Aber wenn er so stehen bleibt, kann man nicht durch Gänsel, die Fotze Ach hei, du rumkreisel Fotze Gänsel, die Fotze Gänsel, die Fotze Gänsel F*** wir haben ihn wie nur kacke wo sind unser vierter unsere kleine obwohl das war schon vergessen fliegt doch nicht nein ich stehe auch er hat sich erholt ein team bricht ein hat jetzt mal eine zusammenbleiben ich bin hier oben die ganze zeit gewesen im c gekämpft haben es blank nicht so geschubst bis ich rausgeflogen bin und da konnte sich ein ja eingebrochen Ich bin ein B. So eine A. Eingenommen. Aufräum, Melkor. Hier, Leoritz-Sturl. Hier, Leoritz-Sturl! Hier, Leoritz-Sturl! Wander, komm rein, weil dich, lass den nächsten gehen. Ich komme nicht weg, der will mich. Der wehrt alles ab, ob es der von den Haus, nach vorne, von der Seite ist egal. Der wehrt einfach alles ab. Ich bin beinahe runtergekickt. Ich schmeiße ihn jetzt runter. Jetzt runter! Jetzt runter! Gibt's doch nicht! Ja, mich muss auch jemand wiederholen. Ich bin immer alles. Halt, halt doch! Halt! Er sieht mich nicht sehr gut. Cool. Was ist denn jetzt los? Bomben. Der holt den anderen hinten wieder hoch. Hat der alle tot? Ja. Zone A verloren! Der Bot steht in die Ecke und bewegt sich nicht. Guck, ich wollte gerade den Bot dreimal wieder hochheben. Und dreimal ist der Mann weggelaufen und ist an die Pfosten. Schuss. Er musste aber zwei, drei Schritte laufen, dass er an die Dinges gegangen ist. Und der Mann war genau neben mich. Und warum? Weil der eine rausgegangen ist, weil er am Anfang einmal gestorben ist. Und warum kann man die nicht mehr reporten? Das ärgert mich zu Tode. Warte mal, der E-Level 1 mit dem Mann, der hat noch nie mit ihm gespielt. Seine erste Runde. Normal an Fahne zu packen brauchst du gar nichts. Ja, schade. Verloren! Egal. Es waren nicht die 300, es waren die 3. Geil. Entschuldigung! Achdas... Untertitelung des ZDF, 2020